Oh, ich kann mir auch... Oh fuck, ich hab mir aus der See einen Schildtruck gekauft. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von der Battle Royale. Heute mal im Squad zusammen mit dem coole Muschel, Pink oder was? Und demnächst ein TV aka Alex. Und ja, wir sehen uns gleich in der Runde, wenn wir alles rasieren und ja. So, dann sind wir jetzt im Partybus und springen jetzt einfach runter zu Anarchy. Mal gucken, ob Anarchy wir verkacken oder nicht. Man weiß es nicht. Ja. Ich geh long chicken, boys. Ich geh big shark. Wurfen, dass wir gewinnen. Ja, man. Also, ich geh aus. Oh, hier ist ein Lama vor mir gespawnt. Ach, da. Das hab ich auch grad gesehen. Warte, ich loote das einfach. Ich hab zwar noch keine Waffe. Wahrscheinlich kommt einer zu mir. Ja, einer ist zu mir gekommen. Ja, bei mir ist auch einer. Ich muss mir nur kurz ne. Und ich bin mit dem Launchpad geflogen. Hilfe. Hilfe. Ich hab keine Waffen. Ich hab nur ne... Äh, bekomm ich ein Mini-Schild? Ja, warte. Hier. Ehren, Mann. Ey, Jungs, wisst ihr was ich hab? Ich hab so nen Spender. Nice. Hä? Spender. Was ist mit Spender? Ich brauch Support. Ich brauch 300 Stände. Dann kann ich mir den Launcher holen. Als ob der schon da ist. Hä? Ja, ich hab den hier. Hä? Ja, der funktioniert schon. Ich bräuchte Support. Alles klar, das ist der perfekte Videotitel. Oh, ich kann mir auch... Oh fuck, ich hab mir aus der See einen Schilddrang gekauft. Will einer einen Schilddrang? Ja, ich... Alter, der wechselt durch. Hier, der erste Schilddrang. Oh mein Gott. Hier, komm zu mir. Ja, Beuys. Als ob, ey. Richtig. Vielleicht mal eine Falle. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Hier, hier. Komm zu mir. Der Krieg ist kein Sub. Komm zu uns, Mann. Ja, wenn die drei Leute sind mit Puppgang. Und schon SMG. Ja, ich seh einen, ich seh einen. Ja, ich auch. Komm, äh, Bau, Bau oder renn. Hilfreich. Hilfreich. Weiß, weiß, zwei Achtziger. Ähm, zwei Vierziger. Ich hab keine, ich hab nur ne Puppgang. Dann komm, dann komm, lass. Du musst einfach draufgehen, der hielt sich bestimmt. Oh mein Gott. Nade. Als ob wir ihn jetzt schon gefunden haben. Nade, nade, nade. Ah, okay. Jo, ist das bei jeder Waffe? Einer knoppt. Ja. Ich hab nur ne Blutpiste. Habe Hatter. Habe Hatter. Habe Hatter. Puschen, puschen, puschen. Hab sie. Oh mein Gott, hast sie. Ja, wir haben sie. Lol. Okay. Ja, ich hab 33. So, meine Community, Alter. Hier, ja, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, die switchen immer durch die Items. Ähm, man kann... Hat jemand von euch? Oh mein Gott. Oh mein God. Ich hab nur ne Blutpiste. Oh mein God. Oh mein God. Oh mein God. Oh mein God. Hat jemand von euch Mini-Shieldis? Nee, was gekauft. Hells Ob? Wie geil ist das? Kann mir jemand von euch Holz oder irgendwas geben, weil ich hab nur 50. Ich hab 248. Da fehlen uns noch zwei. Oder du kannst mir auch Eisen geben. Ich hab 200 Eisen. Warte mal. Hier, kauf dir dafür ein Schild ranken. Oder, ja, ein Big Schildi. Warte, du musst warten, bis der kommt. Oder hast du schon dran? Ja, nee. Man kann auch dagegen schlagen. Ah. Ich hab zu wenig. Wie viel hast du? Das ist einfach so viel Glück. Ich glaub, das entgegen irgendwo. Das ist jetzt schon einen geilen Videotitel. Wir finden den, äh, herbe Morgen soll doch erst das Update kommen, oder? Ja, ich, bei mir, wenn ich heute, äh, eingeschaltet hab und gelesen hab, da ist auch gestanden, äh, morgen im Spiel. Vielleicht ist das ein Bug. Weil, es wurden ja schon Leute gefunden, die das schon hatten. Es wurden ja, wie das, aber noch nicht so hart. Und jetzt wirklich, jetzt No Joke Boys. Äh, das hier ist nicht am Donnerstag aufgenommen worden. Ich weiß, was hier ist hier. Was haben wir heute Mittwoch? Ja, da, ein Tag vor dem Update-Tag, auch wo es kommen soll. Und jetzt Push. Ja, Oma, Traum, oder wo? Nee, unten. Mach mal kaputt, die Decke. Einer ist niedergestreckt. Ey. Ey, ich treff wieder mal nix, Alter. Ach so, der will seinen anderen Freund. Oh, als ob der noch Schild hat. Von der Seite, von der Seite. Die Jungs, da kommen noch mehr, da kommen noch mehr. Nimm einen. Fuck. Ich muss mich verziehen. Ich muss mich verziehen. Aja, 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 hielt ich. Ich hab zwei gekillt, oder halt genockt. Ja, Achtung, der andere wird vor uns, wird der wiederbelebt, der Boy. Hab einen gefinished auch. Der ist fast tot, ja. Gut, der drin ist noch einer, oder? Ich weiß nicht. Da drüben ist einer, links, links. Ja, ja. Fuck, meine Burst burstet nicht. Hab ich einen 19er... Hä, kann das sein, dass die Burst schlechter gemacht wurde, Alter? Ich geb nur noch 19er Hits und... Minigun. Von wo? Was? So, jetzt hab ich so gegen den Splitter von einem Baum geschossen. Alter, ich hab keine Schuss mehr. Oh, fuck. Hab einen. Geil, hassen? Hab den Rodriguez. Hab noch einen. Halt auf, du Maschine, Alter. Ich bekomme ja wieder nix mit. Und? Wurde unten der Glühle. Oh, fuck. Bei mir uns ist einer, bei uns ist einer, oder? Ich wurde grad mit der Pumpgang angehittet. Okay, komm mal runter. Ich glaub, wir wurden gepusht. Ich bin da nicht so sicher. Oh, fuck. Oh, fuck. Von oben, ja. Ich wusste, zum Glück bin ich runtergegangen. Ja, kann ich. Oh, nee. Lufthit. Hast du einen Lama? Ich schwöre einen Lama. Nee, ich schwöre was. Ich hab doch grad irgendwas gehört. Wie viel schluckt der, Alter? Junge hat der viel geschluckt, ey. What the fuck? Geh, gesammelt. Ah, scheiße. Ich hol mir kurz einen Loot-Drop. Mann! Jungs, wollen wir nicht zonen. Können wir machen. Hab einen, hab einen, hab einen. Hast du ein paar Wurkels wenigstens? Weil, sonst kann dir Jan welche abgeben. Warte, ich komm mal... Jungs, ich hab einen niedergestreckt. Der wird wieder hochgehoben, ne? Ja, aber ich werd jetzt auch nicht pushen. Oh, Digga, das hört sich so krass an. Kannst du da... Hab nochmal einen genockt. Der ist unten... Komm, geh runter. Der ist da hinten bei... Äh, weh, genau. Glaub ich. Ja. Hab einen gefinischt. Der wurde gefinischt. Ja. Komm. Hab einen hinter... Hab einen niedergestreckt. Kannst du mit der Rocket da hinten reinhauen? Es lebt nur noch der Hase. Es lebt nur noch der Hase, Jungs. Pushen. Ja, ich geh noch mit der Rocket da rein. Schieß das bitte ein. Schieß das ein. Komm, geh. Hit, hit, hit. Achtung, der snipet, der Boy. Der Hase ist so low. Ich muss nach... Ui. Ich hiel mich kurz. Ich hab keine... Komm, geh rein. Geh rein. Hat jemand von euch... Team stuff. Achtung, der pusht, der pusht. Fuck. Achtung, geh da oben rein, genau. Fuck. Ich hab's mir nicht gesagt. Nein, ich hab nicht aufgepasst. Scheiße. Ja. Ich seh's. Was kannst du eigentlich? Oh, lol. Hä, von wo? Als der snipet, der snipet. Die Zone kommt. Fuck. Ich bin down. Achtung. Eier, Eier, Eier. Vor dir. Ah, fuck. Egal. Und dann verabschiede ich mich von dieser Runde. Ich fand die schon irgendwie krass. Wie viele Dinkels? 15. Ralf Dinkels. Oh mein Gott. Wir haben noch richtig... Wir haben noch richtig... Ich hab zwar null Kids, aber ich hab ein bisschen geholfen. Und wir haben jetzt das neue Item gefunden, das eigentlich noch nicht draußen sein dürfte, aber haben wir einfach gefunden. Und ja, damit verabschiede ich mich. Lass ein Like da und ein Abo. Schaut bei Pink oder was bei Coole Muscheln vorbei. Und hau rein. Tschüss.